Ja, grüßt euch, Buam. Das Dating der Zukunft, wie schaut es wohl aus? Und darauf gekommen bin ich durch eine Frage von Chris, wie er schreibt, mich würde mal interessieren und vielleicht kannst du dazu auch mal was machen. Wie sieht das Dating in 10 bis 20 Jahren aus? Ich glaube, da könnte man viele interessante Theorien stricken. Und da wollen wir doch jetzt mal mit dem Stricken anfangen. Denn es greift auch sehr gut damit rein, bezüglich auch zwei Mails, die ich von euch bekommen habe, wo es jetzt expliziter um das Maximieren der weiblichen Sexualstrategie geht, im Sinne einer sogenannten Kack-Old-Beziehung. Kein Scherz, das ist ja, wenn man wirklich so vorausdenkt, die maximierte weibliche Sexualstrategie. Weil, wenn wir uns das nochmal vor Augen führen, Männer fahren hier Schrotflintentaktik, wollen ihr Gen so häufig wie es geht in die nächste Generation kriegen und haben ja einen sehr geringen Elternaufwand. Wenn es darauf ankommt, können sie nach einer Minute hier aus dem Fenster öffnen, ciao, ich bin hier raus, währenddessen die Frau natürlich weitaus höheren Elternaufwand hat. Von erstens die Schwangerschaft, bis das Kind dann erstmal heranwächst. Und daraus ergibt sich ja, wie schon öfters beleuchtet, die unterschiedliche Sexualstrategie zwischen Mann und Frau. Und wenn man jetzt hier guckt, okay, wenn die Frau das maximiert, will sie natürlich den Mr. Sexy mit den besten Genen, aber auch den Mr. Stabil. Das habe ich euch ja schon mal hier zusammengefasst, wo man hier wirklich den Liebhaber, den Alpha aka Mr. Sexy sieht, ja, das Thema Männlichkeit, Konfrontationsfähigkeit, Sexappeal, physikalische Attraktivität, Muskeln, wie wir ja schon aus der Meta-Analyse gesehen haben, sehr relevant für Frauen und praktische Intelligenz, also Kompetenz. Aber auf der anderen Seite soll es am besten dann noch gleichzeitig auch der Versorger, der Beta, Mr. Stabil sein. Gebildet, ambitioniert, fleißig, höherer Status, höheres Einkommen oder halt Potenzial, liebevoller Partner, guter Vater, emotionale Stabilität, Reife, ergeben und loyal, sehr wichtig. Und sehr selten existieren ja beide Komponenten in einem Mann. Und deswegen wird sie in der Zukunft immer mehr so zu sehen sein, dass eben die Frauen oder vor allem die Feministen der vierten Welle hier das immer mehr vorantreiben, dass sie den Mr. Sexy haben, also wie in diesen klassischen Kack-Ul-Beziehungen, diesen, ja, diesen strammen Mann, der für den kurzzeitigen Spaß da ist und zeitlich den Kack, der dann hier gerne mal zuschaut bei dieser ganzen Geschichte. Und diese Frage sehen wir auch hier, wo der Ortmann nämlich geschrieben hat, würde diese Kack-Ul-Thematik vielleicht mal zu einem Thema eines ganzen Videos machen. Also, das mag sich jetzt ein bisschen überheblich anhören, schreibt er, aber ich habe vielleicht ein bisschen mehr Erfahrung mit der mittleren Generation. Dank einer umtriebigen Zeit, Übergangsphase von Blue zu Red Pill, in diversen BDSM-Kreisen oder auch Swinger-Clubs, ja, interessant auch hier mal die Einblicke zu hören, das Thema Kack-Ult oder auch, dass der Mann in die Rolle des Sub geht, steht da ganz, ganz weit oben auf der Tagesordnung. Ist eine richtige gehende Seuche. Da bekommt man die Versklavung des Mannes wirklich hautnah und plastisch vor Augen geführt. Ich fand das alles unglaublich krass. Wenn dich das interessiert, melde dich mal bei Joy Club an und schau dich da um. Auch sehr interessant hier, diese Erfahrung von ihm nochmal zu hören, dass man halt diese, ja, diese Entmännlichung und die Verweiblichung allgemein der Männer, dass sie sich ja mehr und mehr dem Buch von Esther Villar letztendlich fügen, wo sie ja gesagt hat, der dressierte Mann, sehen wir ja auch hier aus dieser Beschreibung, vor allem, dass der Mann unterwürfiger wird und diese eigene Männlichkeit abstreift, weil das ja auch immer gesamtgesellschaftlich hier fast schon strukturell attackiert wird. Oh, das ist toxische Männlichkeit, oh, ganz böse, schnell, schnell, schmeiß das beiseite und mach dich hier zum Untertanen. Und wenn man sich diesem gesamtgesellschaftlichen Shit-Test hingibt, weil was anderes ist es ja eigentlich nicht, dann, mei, wird man halt öfters mal zum Leinen gezwungenen, vor allem dann in diesen ganzen anderen Kackol-Thematiken, wie ja Stiefvater, soziale Vater. Das hört sich zwar hart an, aber es ist ja irgendwo auch, ja, es geht in Richtung Kackol zumindest, weil der Stiefvater, der soziale Vater hier durch soziale Konventionen mehr aufgebaut wird, oh ja, du bist toll, du bist toll, du rettest hier diese Frau, die dann eventuell mit einem schlechten Partner was hatte und dann die Kinder daraus hervorkommen und ziehst dann die auf 18 Jahre, steckst Geld, Zeit, finanzielles Investment mit rein. Wenn die Frau will, dann meint, dann zieht sie die Kinder halt einfach zurück und du hörst von denen nichts mehr. Gibt natürlich hier auch Ausnahmen, aber die Kernessenz davon bleibt wahr, dass es irgendwo ein proaktives Kackol-Ding ist, weil in der Vergangenheit hat sie hier den Mr. Sexy sich rangezogen und jetzt da sehen wir, dass dann der Beta-Versorger hier rankommt, der halt dann mehr in diese Richtung geht. Das sind natürlich auch Faustregeln, aber auch hier sehen wir so eine sozial verstärkte Semi-Kackol-Dynamik. Und auch interessant, um wieder zurück hier auf die Zukunft des Datings zu kommen, werden wir das auch immer und immer mehr jetzt dann in diesen ganzen Designer-Beziehungen sehen. Habe ich ja schon mal ein Video gemacht, diese polyamoröse Beziehung ähnelt ja auch sehr diesen ganzen Dynamiken mit den ganzen, ja, der Semi-Mr. Sexy, der halt ein bisschen mehr in Richtung Alpha geht, ist mehr für kurzzeitige Action da und der Beta-Versorger, bei dem wohnt sie ja, der kocht und ja, dass er eben gerade noch nicht das Gummi aufzieht, fehlt ja bloß noch, hier natürlich auch immer mehr in der ganzen Gesellschaft zu sehen, das garantiere ich euch. Und hier auch nochmal eine Nachricht von dem Zuschauer, ist schon ein bisschen länger her, aber jetzt kann man es hier auch perfekt mit einbauen. Also eine Beziehung oder Ehe, bei der die Frau auch mit anderen Männern schläft, der Mann aber monogam bleibt. Der Beta-Versorger hier ist ja auch meistens so der Fall, dass der durchschnittliche Mann, der ja dann in solchen Beziehungen ist, es weitaus schwieriger hat, andere Frauen ranzuziehen, weil die Frau natürlich immer nach oben datet und dann diese Betas, die halt sonst niemanden abkriegen, dann halt lieber sowas auch akzeptieren, weil sie ja auch durch die Blue Pill dauernd so gebrainwashed werden mit sozialen Konventionen, was man definitiv auch immer mehr sehen werden. Sie hat also einen Beta-Provider, wie er schreibt, der sich um alles kümmert und gleichzeitig Spaß mit Alphas, so viel sie möchte, beziehungsweise im Rahmen dessen, was das Paar eben vereinbart hat. Du sagst ja in deinen Videos, dass Frauen eigentlich immer einen Provider und einen Alpha in einer Person suchen. Ja, aber wie er jetzt auch richtig sagt, gibt es aber nun mal nicht mehr so oft. Und vor allem in der heutigen Zeit, wo ja wirklich diese massive Betaisierung der Männer reingetrieben wird, ja, Wikipedia, wie letztens behandelt, Toxic Masculinity, genau das sind ja dann diese Alphas, mit denen sie dann in diesen Beziehungen diesen kurzzeitigen Spaß haben. Das ist dann dieser Bull, wie es im Englischen heißt. Aber die Beta-Versorge, denen soll das abtrainiert werden, damit die hier eben mehr in diese Rolle dann auch passen. Und daher sind sie mit ihrem Beta unzufrieden, betrügen ihn oft, Monkey-Branchen etc. Das ist halt auch aber gesellschaftlich immer mehr so vorangetrieben, dass man sagt, ja, you go, girl. Und ja, wenn sie ihn verlässt, war er nicht Manns genug. Wenn er sie verlässt, war er ein Arsch. Also in beiden Fällen ist der Mann natürlich schuld. Gibt natürlich auch bestimmte Konventionen und bestimmte, ja, wie soll man sagen, Marktliberationen der Hypergamie, dass hier noch mehr diese Dynamiken verstärkt werden. Wäre der logische Schluss daraus nicht, dass eine Kack-Old-Hot-Wife-Beziehung eigentlich die ehrlichste Beziehungsform ist? Der Beta bekommt eine Frau, würde ansonsten eventuell komplett leer ausgehen, der Alpha sowieso so viel er will. Und die Frau hat eben den Provider plus den Bunger des Alphas. Letzten Endes passiert genau das doch sowieso, nur eben heimlich, oder? Ja, es passiert zu einem bestimmten Aspekt, aber wenn du bestimmte soziale Konventionen wie ja, Normen und so weiter diesbezüglich hast, desto weniger findet es dann eben statt. Und das ist halt eine sogenannte Marktregulierung, wenn man es in Bezug auf den Datingmarkt so betrachten möchte. Und warum eben das auch so negative Aspekte hat, indem man diesen Marktplatz immer mehr öffnet, darauf kommen wir später nochmal genauer. Abgesehen von den gesellschaftlichen Tabus oder moralischen Fragen, die das aufwirft, wäre das doch eigentlich eine ehrliche Sache. Karten auf den Tisch? So ist das nun mal. Besser, als so zu tun, als gäbe es die ganzen Dynamiken nicht. Und man muss ja hier nicht unbedingt, ja, ganz oder gar nicht an den Start legen. Man kann ja die Karten auf den Tisch legen und sagen, hey, so und so möchte man es haben. Aber, indem man jetzt hier diesem Modell nachgeben würde, würde sich ja ein Großteil der Männer total beta-essieren und die eigenen Bedürfnisse der Vaterschaftsunsicherheit oder Sicherheit in diesem Fall inklusive den daraus folgenden Konsequenzen ja beiseite wirfen. Was passiert, wenn man immer mehr solche Beta-Männer hat? Wie heißt es schon so schön? Schlechte Zeiten erschaffen starke Männer, starke Männer erschaffen gute Zeiten und gute Zeiten erschaffen wieder schwache Männer, wie wir es hier sehen und vor allem dann letztendlich in dieser Endkonsequenz dann nochmal verstärkt haben. Größtes Problem dabei ist, wenn du immer mehr schwache Betas hast, absolute dressierte Leinen, gezwungene Buckdacke sozusagen. Das zeigt sich ja dann auch gesamtgesellschaftlich. Man lässt immer mehr mit sich machen und ja, oh mei, da kommen dann irgendwelche Kriminellen und machen dann ihren Scheiß und dann sagt man, oh mei, oh ja, ich verstehe das. Also diese ganze Beta-Dynamik, wenn man einer 62 Straftaten auf dem Buckel hat, dann gibt man ihm mal zwei Jahre auf Bewährung, oh hat er so eine schwere Kindheit gehabt und all diese Geisteshaltungen sehen wir dann auch immer mehr in dieser Mikro-Ebene auf die Makro-Ebene übertragen, was natürlich zu höheren Unruhen auf der Gesellschaftsebene letztendlich auch wieder führt und das ist nur ein Aspekt dieser Problematik, denn auf der individuellen Ebene ärgert es ja diese Betas auch, diese Ultra-Nice-Guys haben ja meistens die sogenannte pathologische Scham oder toxische Scham, wie es ja der Dr. Robert Glover sagt, woraus sich sowas oftmals ergibt, weil sie sagen, ja, ich bin nicht gut genug, ich bin ein Depp wegen, ja, chronischer Single-Mutter-Dynamiken und solche Geschichten, die auch wieder aus solchen polyamorösen Geschichten letztendlich resultieren, weil wenn der biologische Vater nicht da ist und hier die Bedürfnisse des Jungen bedient, genauso wie auch bei den Mädchen, dann sehen wir eben statistisch weitaus höhere Drogenabhängigkeit, Gewaltprävalenz und, und, und und das ist ein riesiger Rattenschwanz, der hier mit einhergeht. Der Beta müsste sich halt eingestehen, dass er nun mal ein Beta ist, aber auch das wäre doch letztlich nur konsequent, denn es ist nun mal so und das ist eben falsch, weil das ist das sogenannte biologische Determinismus, wo man sagt, Tja Mai, ich bin halt so, Persönlichkeit ist in Stein gemeißelt, ich wurde hier durch meine Gene so zum Beta prädispositioniert, was aber Schwachsinn ist, weil vor allem diese Beta-Duckmäuser-Dynamiken häufig durch chronische Single-Mutter in Verbindung mit einem emotional und oder physikalisch abwesenden Vater einhergehen und ja überhaupt gar nicht biologisch determiniert sind, weil es ja oftmals eine Persönlichkeitsentwicklung letztendlich ist, die sowas dann total verändern kann. Aber wenn man sich diesen Glaubenssatz natürlich sagt, ja Mai, ich bin halt der Beta, ich bin halt der Leinen-Dackel, ist es total einschränkend, oh Mai, biologisch determiniert, ist aber halt Bullshit. Er schreibt weiter, egal wie viel Game man lernt, wie viel man trainiert und wie viel Red Pill Videos man sich reinzieht, es kann nicht nur Alphas geben. Das stimmt zwar, aber man kann ja hier diesen Markt immer wieder umwandeln und sich weiter oben auf der Dominanz, Prestige, Sozialkompetenz, Hierarchie platzieren, weil solche Dinger sind ja nicht wie in irgendeinem Kastensystem aristokratisch festgemacht. Man kann hier vor allem im Westen mit der größten Chancengleichheit jemals in der Geschichte der Menschheit sehr, sehr viel ändern und auch diesbezüglich agieren, in dem man sich vor allem nicht in dieser Opferrolle und erlernten Hilflosigkeit zuhlt. Und selbst wenn rein theoretisch jeder Mann es schaffen würde, zu einer Art Eifer zu werden, dann gibt es innerhalb der Männer ja trotzdem weiterhin eine Hierarchie, das stimmt. Welche die Hypergamie gnadenlos ausnutzen würde, das ist nicht ganz korrekt, weil es ja auch wieder davon ausgeht, okay, es gibt nur diesen biologischen Imperativ der Hypergamie, aber es wird ja auch immer durch soziokulturelle Aspekte reguliert. Religion war hier zum Beispiel ein großer, massiver Aspekt und auch andere Dynamiken, wo man sagt, ja, reservieren und so weiter und so fort, weil es ja auch positive Effekte auf der individuellen und auf der langzeitigen Sicht hat, vor allem im Kontext der Bindungsfähigkeit, wie wir schon mal beleuchtet haben. Das heißt, die oberen 20% bekommen viele Frauen, die darunter müssen sich mit dem Rest begnügen, überspitzt formuliert. Ja, da ist definitiv was dran, aber diese Dynamik, dieses Pareto-Prinzip, hast du ja viel mehr in einer Gesellschaft, wo man sagt, yeah, you go girl und alle, ja, Marktregulationen des Datings entfernt hat. Im Vergleich, dass man auch mal sagt, okay, ja, soziale, konservative Ansichten haben ja auch ihren Wert und wenn man das jetzt in diesem Kontext soziokulturell wieder verstärkt und sagt, ja, okay, Monogamie ist gut wegen XYZ, dann wird natürlich hier dieser biologische Imperativ der Hypergamie wieder gedrosselt, weil das eine Marktregulierung ist. Es ist auch immer ganz wichtig, dass man immer das im Auge hat. Es ist nicht nur hier der biologische Imperativ der Hypergamie, der hier im Wirken ist. Aber trotzdem werden wir sowas mehr und mehr in der Zukunft sehen. Vor allem in diesen ganzen polyamorösen Geschichten daten ja Frauen immer mehr nach oben und wenn in der Zukunft diesbezüglich noch mehr Zahlen und Daten rauskommen, werden wir immer mehr sehen, dass sich eine Frau lieber einen Bad Boy Alpha mit anderen Frauen teilt, als mit einem treuen Beta-Versorger, der total betaisiert wurde durch diese ganze Narrative, hier zusammen zu sein. Natürlich nicht alle Frauen, aber es wird definitiv einen Trend in solche Richtungen gehen, mit den damit einhergehenden sozialen Konventionen, dass das eben dann toll ist. Das zeigt sich dann zum Beispiel in solchen Artikeln, ja, das Kack-Olding, was es ist, warum es die Leute denn so lieben und Beginnertipps, wo das immer mehr versucht wird, auch zu normalisieren. Vor allem, dass sich dann die Betas mehr drauf einlassen, weil das natürlich auch hier die Maximierung der weiblichen Strategie ist. Also bei denen weiß ich nicht ganz genau, wer hier die Alpha-Rolle übernimmt, weil die halt, ja, beide nicht so jetzt hier männlich oder konfrontationsfähig ausschauen, aber ich denke mal, er ist eher so der Zahlsklave und er kommt ab und zu mal vorbei auf das ein oder andere Bungalé. Aber wie gesagt, sehr spannend, das zu betrachten und meine These ist, sowas sehen wir definitiv in der Zukunft vermehrt. Höchstwahrscheinlich dann auch in Erscheinungsbildern wie dem hier, wo man dann sagt, okay, ja, das ist Female Empowerment, das ist stark, in dem sich dann die Frauen ironischerweise mehr zu so einer Vielehe versuchen zu bemühen, in dem sie sich eher auch so einen Alphamann teilen, der dann halt auch ein bisschen vielleicht den Versorger mit daherbringt und es dann auch hier noch mehr in Richtung offene Hypergamie letztendlich wandelt. Also diese zwei Aspekte sehen wir, dass es sich dann, wenn man eine statistische Analyse in Zukunft mal machen wird, in 40 Jahren, 30 Jahren, dass man dann eben ja diese Beziehungen mehr in Richtung Designerbeziehungen nennt, weil Polyamorie ist dann wahrscheinlich irgendwo schon ein verbranntes Wort, oh, das ist ja auch Patriarchat, aber weil es ja hier dann die Frau anstrebt, also die dritten und vierten Wellenfeministen, dann ist es wieder irgendwie stark, weil es entspricht ja wieder dem Willen der Frau, sehr witzig, sehr widersprüchlich, aber definitiv, was wir in der Zukunft sehen werden. Die ersten Anzeichen sehen wir ja schon hier, fand ich sehr interessant, diese Doku, wo ja unsere, ja, wie soll man sagen, Aufmerksamkeits, ja, süchtigere Dame hier, die Susi, das eben als sexuelles Empowerment sieht, wenn sie auf Onlyfans hier bestimmte Nacktbilder raushaut. wenn du jetzt hier aus der alten Welle der Feministen, wo man es ja sieht, erste und zweite Welle, wo es halt, ja, die wollen auch Arbeitsmarkt teilnehmen und so weiter und dann in der zweiten Welle, ja, gleiche Bezahlung und diese ganzen Aspekte, dann, wenn du die jetzt von der Vergangenheit hierher teleportieren würdest und die würden die dritte und vierte Welle der Feministinnen hier in diesem Erscheinungsbild sehen, würden sie sich denken, was ist denn hier bei dir passiert? Wir wollten uns doch vom Mann freimachen, entfernen von dieser Sexualisierung, aber die kommen jetzt wieder daher und sagen so, ja, sie machen zwar das Gleiche, aber weil es ja von ihnen herkommt, also die Intention liegt bei denen, dann ist es wieder stark und unabhängig und das Gleiche, das garantiere ich euch, sehen wir nicht nur dann hier bei Onlyfans, weil das ist ja dann wieder toll, weil es von Feministen jetzt plötzlich angestrebt wird, ja, wie gerade gesagt, erste und zweite Welle Feministen würden hier bloß den Kopf schütteln wegen der Selbstsexualisierung, hat sich das ja in der Clownwelt jetzt umgedreht, aber das werden wir dann auch wieder noch mehr sehen, wenn es dann in so eine Richtung gehen wird und da werden sie sagen, na na, wir sind nicht die Unterdrückung von Patriarchat, weil sie ja hier dann letztendlich die Hypergamie maximieren und es von ihnen ja auskommt, wird es dann einfach reframed und umgedeutet, wie auch in diesen Kack-Old-Hot-Wife-Thematiken, wie vorhin gesehen und da bin ich mir ziemlich sicher, dass das immer und immer mehr noch kommen wird und dass das sich auch in der Zukunft zeigt. Jetzt gibt es halt leider nur ein Problem mit diesen ganzen Dynamiken, vor allem, wenn diese sozial verstärkte Monogamie immer mehr abgelegt wird, denn die Monogamie hat ja eine Beabsichtigung und zwar nicht nur wie damals, dass man die Leute untereinander verheiratet hat, dass ja hier die Kohle von dem Land in das übergeht und dass man da Allianzen schmiedet, sondern halt auch wie hier herausgearbeitet, dass es dazu führt, dass die ganze Gesellschaft und vor allem die soziale Verträglichkeit der ganzen Leute untereinander immer besser wird und hier eben der ganzen Gruppe an sich oder Nation oder wie man sie auch runterbrechen möchte, einen Vorteil, denn je mehr die Monogamie sozial verstärkt wird, desto niedriger ist die Gewaltprävalenz, die Kriminalitätsraten, die Höhe, wo sie sich gegenseitig umlegen, ja, Überfall, Betrug und so weiter und so fort, wie es ja schon mal allgemein in der Red Pill immer heißt, eine Frau für einen Beter hat natürlich die Absicht, hier die Leute, vor allem die Männer, ruhiger zu stellen und das Faszinierendste dabei ist, ist, dass man das auch in dem sogenannten Kriegsindex sieht, denn hier hat der Gunnar Heinzson eine Tabelle von dem demografischen Kriegsindex auf der ganzen Welt herausgerechnet, das bedeutet, der Kriegsindex ist umso höher, je mehr junge Männer auf alte Männer geraten, die jetzt in Rente gehen, das heißt, in den Ländern wie Uganda, wo es am allerhöchsten ist, der Kriegsindex und die Leute eben am meisten sich umlegen, Überfälle und so weiter und so fort, kommen auf einen Mann, der in die Rente geht, im Alter von 55 bis 59, acht neue junge Männer nach. Und warum führt es denn dann zu solchen Spannungen? Man sagt ja auch Spannungsindex, ja, weil diese Männer nicht in der Dominanz-Hierarchie hier mitmachen können und weniger dann letztendlich vom sozioökonomischen Status abbekommen, was ja letztendlich wieder dazu führt, dass sie von Frauen weniger beachtet werden und hier dann unten runterfallen, wenn es um das Dating auch in diesen Nationen geht. Klar, wenn die Schere zwischen Arm und Reich weiter auseinander geht, gibt es natürlich mehr Faktoren, die hier auch zu Spannungen führen, aber trotzdem ist das eine der Hauptfaktoren dabei, der aber nie thematisiert wird, weil ja dann die Männer nicht mehr in dieser Dominanz-Hierarchie mitmachen können, als Resultat darauf folgend nicht von Frauen wahrgenommen werden, weil Frauen übergaben sind und weltweit natürlich nach oben daten. Sehen wir selbst beim Schimpansen so, sehen wir auch bei Stämmen so, wenn man da guckt, okay, wer hat sich wie oft reproduziert und vor allem hier in diesen Ländern, wo die Geburtsrate so hoch ist, können sie ja gar nicht mitmachen in diesem System der Hypergamie. Daraus folgend wollen sie diese ganzen Dominanz-Hierarchien umschmeißen, weil sie ja auch was vom Kuchen abhaben wollen und zwar nicht nur von der Kohle, dass sie sich dann bestimmte Aspekte des Überlebens leisten können, sondern vor allem auch die Reproduktionsrechte sichern. Das ist ein Tabu-Tabu, das kann auch leider nie angesprochen werden, ist aber trotzdem immer wieder zu sehen, wenn man sich hier diesbezüglich die Nationen anschaut. Der Ruf des Fleisches ist einfach was, wo man ernst nehmen muss und vor allem, wie gerade gesehen, sehr hilfreich, wenn man die Monogamie zumindest in die Richtung sozial verstärkt, weil es eben dann hier zu höheren Leveln an Frieden in der Gesellschaft kommt. Und das ist ja nicht alles, es geht ja auch um den Zinseszinseffekt, was man bei der Kindeserziehung sieht. Wenn du jetzt hier diese Zukunft, die aber definitiv zumindest in so eine Richtung eintreffen wird, das mal genauer beleuchtet ist, wenn es um die Kindererziehung geht, ist es am optimalsten, wenn du den biologischen Vater und die biologische Mutter am Start hast, die sich hier um das Kind kümmern, weil vor allem, wie schon so oft angesprochen, die Vaterlosigkeit hat massive Nachteile, vor allem bei den Jungen, wie man hier auch in dieser Studienreview der allgemeinen Psychologie sehen, höhere Drogenabhängigkeit, psychologische Auffälligkeiten, Aggression und und und. Ich meine, selbst bei den toxischen Feministen, die ja eigentlich dann auch schon in diese Richtung Männerhass gehen, muss man ja bloß mal fragen, ja, wen hast du mehr lieb, Mama oder Papa? Und dann wirst du auch meistens raushören, oh, die haben gar keinen anwesenden biologischen Vater gehabt, mei, brauchst du dich nicht wundern, warum die Haare einen Millimeter kurz sind und dann noch grün und gelb gefärbt, hat natürlich auch alles einen Ursprung und das ist ein Zinseszinseffekt, der hier dann auch mehr und mehr wirkt. Du hast diese ganzen Poly-Beziehungen, wo dann der Vater, der biologische, sich denkt, also der Alpha, geh einfach in die nächste offene Beziehung, warum soll ich hier denn dann großartig Zeit investieren, der Depp vom Dienst, der macht das schon und diese ganzen unbewussten Dynamiken kommen ja hier mit rein und du schaffst lauter, ja, höhere Disbalancen, weil vor allem die Sicherheit für das Kind nicht mehr auf diese Art und Weise gegeben wird. wird natürlich auch irgendwo statistisch vermehrt dazu führen, dass vor allem diese Kinder in diesen polyamorösen Beziehungen dann zumindest ein Aspekt der Adverse Childhood Experience miterleben, also eines der signifikantesten Studien, die hier diesbezüglich jemals gemacht wurden, zehn Aspekte, die dazu führen, dass auch diese Kinder dann meistens hier einen Schaden erleiden und zwar vor allem die Vernachlässigung, wenn es um die Emotionalität geht, ist ja auch immer wieder was, was wir dann sehen, was passiert, wenn der Vater nicht da ist und da hier vielleicht ein bisschen die Mutter übergriffig ist und das Kind auf eine Ebene zieht als Ersatzpartner und diese Dynamiken faktoriert dann erstens hier in diese emotionale Vernachlässigung mit rein, weil das ist ja auch meistens eine der Hauptursachen der pathologischen Scham oder emotionaler Missbrauch ist ja das auch emotionaler Inzest, wie man ja sagt, sehen wir ja sehr oft bei den Incels, kommt ja nicht von irgendwoher in Verbindung mit auch einem Punkt nämlich der Scheidung und Scheidung oder Heirat ist ja nur hier wirklich soziokulturell erschaffen aufgrund der voran besprochenen Dynamiken, aber sowas projiziert das Kind immer auf sich selber, weil das Kind so egozentriert auch irgendwo ist, denkt sich ja auch meine Eltern haben sich jetzt wegen mir getrennt, ich bin irgendwo schlecht, nochmal verstärkt die pathologische Scham und das werden wir definitiv hier in Poli-Beziehungen zumindest diesen Aspekt mehr sehen, weil diese Trennung in offenen Beziehungen einfach häufiger stattfindet. Warum sollte denn wirklich hier der Alpha, der dann hier auch andere hat am Start großartig da bleiben, weil er sich ja denkt, ah der Beta-Versorger macht das und ja Stiefvater-Dynamiken sind ja auch nicht so ideal, das ist alles so eine halbherzige Lösung, wo man auch hier bestimmte Aspekte sieht, nicht jetzt hier diesen Poli-Leuten oder den offenen Beziehungsleuten irgendwas zu unterstellen, dass sie jetzt irgendwie einen Schatten haben oder was weiß ich, aber vor allem hier diese Fluktuation, die man in offenen Beziehungen ja öfters mal sieht, vor allem wenn dann ein Kind ist, hochgradig ja mit Ärger behaftet, vor allem im Punkto der Emotionalität, dass da die Bedürfnisse vom Kind 100% erfüllt werden und vor allem diese ganzen Trennungsgeschichten definitiv vermehrt zu sehen, auch wenn diese Leute dann nur das Beste im Hinterkopf haben, kommt es trotzdem zu einer statistischen Häufung, ganz einfach wegen der Natur der Sache, weil da hier zwei Spieler auf dem Schachfeld hast und der eine gar keine biologische Investitionsinteressen hat, weil da ja nicht sein eigenes Gen drin ist und da kann man so viel soziokulturellen Wunschdenken, soziologische Zauber sich herbei wünschen, ist halt leider trotzdem ein Aspekt. Also, mei, wird es mehr soziale Unruhen geben und da werden die toxischen Feministen bestimmt auch wieder die Machtstrukturen des Patriarchats als Ausrede anführen, ist halt aber leider nur 0% davon. Es wird auf alle Fälle nicht langweilig und spannend. Wir werden weiterhin beobachten, wie sich dieser ganze Markt des Datings hier entwickelt. Also, ich hoffe, ich konnte euch das näher bringen und wenn es euch gefallen hat, liken, kommentieren und abonnieren. Wir sehen uns. Pfiat's Eich!